ich glaube diese eulen die sollte ich wenn dann wohl irgendwann abseits vom stream suchen gehen weil ich habe keine ahnung wo ich schon überall welche gefunden habe und das würde wahrscheinlich eine weile dauern und daher wäre das wahrscheinlich besser wenn ich das nach dem stream machen würde das einzige was ich dann höchstens machen kann ist dann quasi wenn ich jetzt so wie jetzt zum beispiel irgendwohin geht und dann wird mir gesagt dann könnte ich ja mal suchen dann hör auf zu heilen so einfach und ich sollte endlich mal darauf achten dass ich dann mal endlich hier links um sie zu behöre mal besser ich habe fast alles hier gefunden okay habe ich dafür was never super was muss ich machen x viereck bist du der richtige oder bist du jemand anderes dann habe ich hier auch alle gefunden ich will raus da wo ist die nächste anlegestelle ich sage jedes mal anlegestelle angel stelle jetzt da was sie verdächtigt nach einem ort aus wo es was geben könnte aber ist nicht okay dann ist wohl bei der karte auch alles abgehakt da ist eine angel stelle dann mal fixen was habe ich hier schon alles geangelt die hälfte oh hey da haben wir den goldenen welt den kann ich ja direkt angeln gehen hier quatsch nicht dreieck x das ist auch noch ein großer hoffentlich gibt er gut kohle doppelt falsch gedrückt war das nochmal für eine taste dreieck x ok beim dog gibt es eine angel stelle angestelle bin mir nicht sicher vielleicht vielleicht war ich beim dog bereits kann ja mal nachgucken wenn ich hiermit fertig bin also ein bisschen knapp hier ich hasse es wenn dieser dieser richtungswechsel ist da geht doch das wird ich eigentlich alles in zugel zeugel das leader menantianischer habe ich dafür irgendwas neber ja ja hab ich jetzt entweder habe ich jetzt die falschen tasten verwendet oder irgendwas funktioniert hier gerade nicht ist das der film minifisch höhl der einsamkeit das sagt mir was ja ist doch das hat mir keinen bock oder waren da einfach nicht die fische drin gewesen gerade jetzt auf einmal falsch in taste wo ist was da fein wund dicker zu sein ist er oder sind wieder das andere ist das ist der richtige das lieder knochen zünder ich glaube den habe ich garantiert hier nicht vorhanden doch haben wir cool x4 ebenfalls gut idea i'll go for that one got something damit habe ich jetzt auch alle fische es diesen tümpel see aus der angel stelle rausgehangelt arowana wir haben scheinbar wo alle dann andere namen aus welchem grund auch immer das richtig ich bin ich kann mich nicht mehr 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 ich habe keine idee es war so etwas sogar in der in der in der äh Kisara äh oh hey Rinwell Alphen warum die lange Gesicht nicht glücklich mit dem Hull Are you not sure how you want to cook it? If you don't mind it being grilled, I'd be happy to do it for you. No, it's nothing like that. Here, take a look at this. It's a golden catfish. A golden catfish? Is there some kind of problem with it or something? It's not like it's poisonous or anything, right? My brother Magal told me something about catfish once. He said, when you find a big one, it's an omen. And with a catfish this big, I'm just hoping it isn't a sign something bad's coming our way. Are catfish like that supposed to be bad omens? Not necessarily, but you know how these things go. Omens usually don't pop up to warn you of when good things are coming. Well, think of it like this. Omens just mean that change is coming. And in this case, it's change that all of us are going to bring. Totally. We're trying to overthrow the big, bad rennins. If that's a bad omen for anyone, then we're going to make sure it's for them. Huh. I never thought of it like that. Then I guess you could say this fish is Magal's way of telling us that he's with us. That we can do this. We're going to build a future for Dana that's as bright as that fish. You bet we will. I never thought of it. Der hat die Helgon-Frucht gefuttert, um sich am Ende selbst zu verflüssigen, damit er dann aus dem See her rufen kann, blub blub. Was übersetzt dann so viel bedeutet wie viel Glück. scheint dann wohl eine angel stelle zu sein höhle der einsamkeit da unten ach da war ich drinnen gewesen ja da war ich vorhin drinnen gewesen wo war ich gerade ich weiß gar nicht mehr ach so ich bin hier bei dem panorama hügel da ist nix gibt es hier bei der straße irgendwo was so verstelle sich gerade gar nichts auf dem parierhof sowieso nicht was ist denn das ach so das ist dieser eine dungeon stimmt ja hier ein bisschen wird höchstwahrscheinlich nix sein beim übungsgelände erst recht nicht da wird höchstwahrscheinlich auch nix sein weil das ja auf einem baum drauf ist ein palast sowieso nicht bei dem teich war ich bereits gibt es hier was interessanterweise nur gibt es hier höchstwahrscheinlich auch nicht beim adernsee müsste aber was sein da haben wir was dann mal fixen berge aus maulwurfshügeln weis okay there big guy you look kind of pissed I'll say he looks like he wants to bite the head off something what's eating at you come on alfen you're gonna bring us all down if you keep that ferocious scowl on hmm oh sorry do I really look that ticked off yeah it kind of makes you hard to talk to so what's bothering you it's uh it's a pebble a pebble snuck its way into the back of my boot can't seem to get rid of it oh I totally get you weird how much you can get on your nerves huh yeah it's barely bigger than a grain of sand so how come it feels like I'm walking around on hot nails you know maybe this is a crazy solution but you could just take your boot off and give it a shake ah yeah yeah of course yeah of course you're right it's like I've been given a new lease on life thanks for the tip shian seemed kind of obvious but you're welcome that's the trouble with windy places all that fine debris ends up getting into your hair and clothes alfin is it just me or have you become extra sensitive ever since getting your sense of pain back now that you mention it the other night at camp there was a fly buzzing around that annoyed him so much he unsheathed the blazing sword so much for sensitive that's just being a mr. cranky pants nothing new on that front then what's the matter often you look a little tense it's nothing really he wants to get angry but knows that doing so would only prove our point hence the building frustration showing plainly on his face would you stop analyzing things for one minute point taken I will wütend sein weil ich wütend sein möchte also muss ich wütend sein weil alles andere ist nicht okay für mich könnte ich mich grün anmalen dann wäre ich der halk wobei ich hier haben wir einen grünen fluss warum ist dieser fluss grün warum ist er dahinten blau ist wohl das abwasser war hallo ich möchte ach so falsche taste da fehlt nur einer und da haben wir ihn was muss ich drücken dreieck dreieck ich glaube nicht dass er das ist weil die kamen beide das wasser sieht hier echt nicht gesund aus nicht sicher dass ich dann fisch raus angell und nicht in wirklichkeit irgendeine art von mutiertes kaninchen ist ja was fast schon aus wie das abwasser raus aus futurama und ich glaube ich weiß auch warum der smaragd farbend ist und wie wegen dem klärwasser hier ist es auch abgehakt ging ja fix da ist auf jeden fall zum angeln aber da kann ich mich leider nicht hin porten da muss ich hin latschen das ist ja zum glück kein langer weg ja oder ein gummisch tief ich habe ein richtig großes gefangen das muss das muss zehn tonnen wiegen eine kiste mit gummischiefeln hier ist irgendwo eine heule nur ein gold stück war ja mal mager bist du irgendetwas besonderes oder siehst du einfach nur so groß und hässlich aus hemmkristall ein lager da hätte ich wohl schnell reise gehabt da ist jemand gleich ich habe da vorne und klopp um hast du was zu essen oder kann man die nicht essen wäre natürlich blöd oh hmm was new doing some thinking nah it just occurred to me that our journeys been going for a while now is it a wonder to you our group has held together this long maybe we've got danans renans lord a mage and even a guy from another time yet here we all are leaning on each other as travel companions it's like a minor miracle if anything i'd say it's proof proof that as long as we accept each other for who we are we can all get along and with understanding comes togetherness yeah we are more than enough evidence of that i've always had a thorny relationship with others quite literally as it happens i figured that it was easier to give up on intimacy rather than having to go through all of the pain of rejection i mean is it any wonder i grew thorns around my heart too but now right now i still have my thorns of course but they don't cover my heart i know now that there is more than one way for people to relate to one another it was you and everyone else here that taught me that everyone that you brought together alfin it wasn't just me i mean sure i invited a few folks to join us but swordsmanship's about all i have to offer everyone's taught and supported me just as much as i have them you see that's what i'm talking about what do you mean i mean you're fine just as you are the bonds that you form with others they shine more brightly because they're mutual it's not just one bond for you it's many each with a heart of its own that's what makes them special yeah it's nice but what's for a emblem i don't see it yet where is that emblem is that right right no they all are a little a bit a light huh is that right down it can be uh there are a a a a grill händchen okay ihr kriegst ein donner donnerbeißer ja viel spaß aber beißt die da nicht die zähne aus da fehlt noch ein bisschen pfannkuchen teig und marmelade hey elfen why do you like spicy food so much anyway you know i haven't thought about that before maybe because when i couldn't feel pain it gave me that kick i was craving but now that you can feel pain again wouldn't your tastes have changed did you like spicy food when you were younger not as much as i do now at some point it just became something almost like an addiction i guess i can most certainly relate once you've had your fill of ordinary food you cannot help but seek out more unusual fare i don't think that's got anything to do with alfin's tastes although i won't deny that you definitely have a thing for exotic food the stranger the better i just wish i could have gotten you into sweets like me alfin i like food that's dense and keeps you feeling full myself it helps you last longer when you're on the move we all know you're a quantity over quality kind of what was that uh nothing i uh i lost my train of thought you know i've also noticed xion's not really into the same kind of food most renans are could be it's got something to do with the way she grew up that's so me even when i was little i was all about food that gives me strength all meat all the time and i guess kisara is so good at cooking fish because she can catch them herself i'm only good with fish because it used to be the easiest thing to get when you work with something long enough it comes naturally to you i like fish just fine but what i really like about your cooking is how it tastes homemade it reminds me of what my mom used to make really you know i used to cook a lot of meals for younger kids and they said the same thing when you get down to it i guess the things a person cooks and the foods they like say a lot about the way they've lived in noch eine plauderei hey guys i don't see any of our food anywhere what i know the bag we kept it all in is vanished some zugels must have gotten in behind us and swiped the whole thing while we were fighting what huh what are you guys talking about this affects you too you know we lost all our food including all those sweets you love so freaking much what how could this happen those sweets are the highlight of my day oh so hungry hunger is like that the moment you know there's nothing you can do about it it becomes that much more unbearable whoever did this i swear i'm gonna make them pay for stealing our supplies all that's left now is this one lonesome apple law what hey don't look at me like that i picked this apple myself i'm not just gonna food hand it over stay away hmmm hey i'm back huh what the heck happened here only a pointed reminder of how dangerous a food shortage can be in a collective a serious problem indeed and one we should all be mindful of i i see does it have anything to do with why you're holding our food supply bag behind your back yeah first kommt der apfel dran danach kommt lau selbst dran cannibalismus der letzte ausweg ah hey grillhähnchen ja hier kommen christian emblem obwohl ah whatever good this came out just the way i hoped zwar ein bisschen jetzt verschwendung wegen dingensbums äh wegen dem bereits vorhandenen gericht was ich habe aber was soll's was hey what's the smoke is it an enemy attack seriously it's making my eyes and throat burn the hell is going on it's probably some sort of gas try not to breathe it in as much as you can manage gas those cowards isn't this just cooking smoke what kind of food makes your throat burn so bad just from the smoke verbranntes essen they're trying to gas out what those sick bastards i won't let them get away with this calm yourself and listen i was simply trying to say that alfin is the one cooking oh hmm maybe i should throw in some more spices just for that extra kick yeah that'll help i think i'll turn up the heat while i'm at it too oh oh crap the spice is burned well at least the meats coming along nicely all right now i just flip it over and then uh uh hey alfin what uh what are you doing over there oh xion perfect timing i actually just finished roasting up a chicken call everybody over so we can eat together i used a ton of spices so it's got a good punch to it might have overcooked it a little but it should still taste good i'm starting to understand why your food always tastes so damn spicy now hasn't anyone told him that it is actually possible to have too much of a good thing if that's the taste he truly wants far be it from me to contradict his cuisine is a rather delicate repast also wenn er so grillhähnchen macht das quasi am ende erstmal die bude aussieht als hätte man irgendwo ein feuer gelegt ich glaube dann sollte er lieber den kochlöffel an den nagel hängen yeah besser wärs aber sowas von aber sowas von aber sowas von kisara let's talk for a bit i've been thinking about what we discussed earlier his reasons might not have been pure but in the end Dohalim still made Elda Menensea a place where Danans and Renans can co-exist i thought everyone would welcome that change with open arms i took pride in what we had without putting in the work to truly solidify it after so much failure do you think i even have the right to pursue my ideals? it doesn't matter what i think you've already found your answer haven't you? i know what i want to say but i can't help but wonder if i'm being selfish everybody makes mistakes in life kisara everybody it's what you do afterwards that matters but you already knew that right? yeah i won't look away from the world any longer i'll do my best to confront reality so that we don't lose anyone else ever again more to the point Dohalim needs someone who can push him forward i think we both get lost in our sorrow too easily when we focus on the past if we see that happening we'll set him straight don't worry we'll look out for both of you i have to say though if you turned out this well modeling yourself after Megal he really must have been a great man what? you didn't believe me before? i'm pretty sure i've been going on about him since i joined up if you need more convincing i've got plenty more stories about him maybe another time that means there are about 200 more plauders only just over Megal you you